Du willst einfach mal krasse Packs ziehen oder dir ein geiles Team bauen? Dann check jetzt in der Beschreibung unseren Sponsor IG Fold up und mit dem Code Archie bekommst du auch noch 6% Rabatt. Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es noch weitere Team des Jahres Nominierungs-SPC. Wir haben jetzt noch 10 Stunden verbleibend. Generell alle SPCs hier in diesem Team des Jahres Slots noch 10 Stunden verbleibend. Also ich denke mal das wird die letzte Team des Jahres Nominierungs-SPC sein. Wir bekommen ein Jumbo Gold Set. Ja und das wollen wir uns jetzt noch ganz entspannt holen. Ich zeige euch eine billige einfache Lösung und vor allen Dingen zeige ich euch eine Lösung die ohne Loyalität geht. Das heißt ihr könnt alle 11 Spieler ganz ruhig einfach einkaufen und ihr habt trotzdem kein Problem mit der Chemie. Kommt trotzdem auf 100 Team Chemie. Ja und falls ihr neu seid und an SPCs generell interessiert seid. Dienstag immer Top Partien. Und generell halt jede neue SPC. Die wird es hier auf dem Kanal geben. Also falls ihr neu habt gerne ein Abo dalassen. Und ja zerstört auf jeden Fall den Like Button. 100 Likes. Gehen wir heute wieder als Ziel raus. Wäre richtig richtig nice wenn wir das schaffen könnten. Und dann würde ich sagen gehen wir in die SPC rein. Machen wir nicht lang rum. Und ja dann würde ich sagen wieder eine Nation die wir hier auf jeden Fall nutzen müssen. Diesmal ist es England mindestens ein Spieler davon. Spieler aus derselben Liga maximal drei. Spieler mit derselben Nationalität maximal drei. Und selten mindestens drei Spieler. Team Gesamtbewertung 67 also voll okay. Aber muss halt eine Team Chemie von mindestens 100 erreichen. Ja und das ist so ein bisschen tricky bei der Aufstellung. Aber ich zeige euch jetzt hier wie gesagt eine Lösung. Wo ihr überhaupt kein Problem habt diese Team Chemie zu erreichen. Ja und das hier ist die Lösung. Wir haben hier einmal ich gehe euch jetzt mal hier mit euch den Namen durch. Varas im Tor. Und dann erzähle ich euch wie diese SPC überhaupt aufgebaut ist. Was es da für einen Schlüssel für gibt. Ihr seht die Namen links. Rechts seht ihr gekauft für Erstbesitzer. Wahrscheinlich meistens Falcon. Henley. Aber wie gesagt es ist egal dass sie jetzt hier komplett Erstbesitzer sind. Hier ist der zum Beispiel für 200 Millionen gekauft. Albeck. Hoskins. Halfa. Seufert. Und wir haben es Rebbeni. Erstbesitzer von Paderborn. Ja und das hier ist dieses Prinzip was ich euch hier auf jeden Fall ans Herz lege. Ihr müsst eigentlich noch dieses Prinzip verfolgen. Ihr müsst nicht exakt diese Spieler kaufen. Und vor allen Dingen wenn ihr Erstbesitzer habt müsst ihr sowieso dieses Prinzip nicht verfolgen. Denn ich werde jetzt hier zum Beispiel gleich auch diese Spieler lieber einlösen. Weil dann sind die mehr für mich untauschbar. Und ja aber was habe ich gemacht. Ich bin in die zweite spanische Liga gegangen. Von Granada habe ich mir hier drei Spieler genommen. Den Torwart den 77er Rating hat. Was schon mal super fürs Rating ist. Also pusht richtig auf das über 67er Rating. Sodass ich ganz viele Bronzespieler nutzen kann. Wie ihr seht. Und dann habe ich einfach weiter spanische Innenverteile genommen. Aus dem gleichen Verein. Das heißt Perfect Links en masse. Alle haben 10 Chemie. Und ja wir haben ja wie gesagt die Voraussetzung. Spieler aus der selben Liga maximal drei. Und Spieler aus derselben Nationalität maximal drei. Dann auf der linken Seite ein Perfect Link zwischen zwei Engländern aus dem gleichen Verein. Nottingham Forest ist das glaube ich. Nottingham. Was ist das? North Hampton Town. Nottingham Forest. Alles klar. Und ja hier habe ich rechts Argentinia genommen. Wieder aus dem gleichen Verein. Also hier auch wieder der Perfect Link. Und dann habe ich hier von Kaiserslautern die zwei ZOMs genommen. Die aus Deutschland kommen. Habe dann den ZM genommen. Der aus dem gleichen Verein kommt. Aber halt nicht die gleiche Nation hat. Und dann habe ich die gleiche Nation der ZOMs. In dem Fall der wie gesagt Deutschland. Aufgegriffen. Musste aber wie gesagt eine andere Liga nehmen. Und deshalb ist der Stürmer aus der dritten Liga. Und die darunter aus der zweiten Liga. Sodass der Stürmer auch auf seine 10 Chemie. Beziehungsweise wenn ihr den nicht als Erstbesitzer habt. Auf 9 Chemie kommt. Und ja so werdet ihr auf jeden Fall kein Problem haben. Wenn ihr dieses Prinzip da verfolgt. 100 Chemie zu erreichen. Ihr habt die Namen von den 11 Spielern jetzt gesehen. Ich kann es jetzt wie gesagt hier einlösen mit diesen Spielern. Achtet darauf jetzt nicht. Also das hier jetzt auf jeden Fall nicht nachmachen. Mit den Spielern ich zeige euch gar nicht die Namen. Und ja wie gesagt die Lösung von vorher auf jeden Fall benutzen. Dann bekommt ihr das auch ohne Loyalität hin. Und weil ich jetzt halt so viele Erstbesitzer hier im Verein habe. Bekomme ich das auch so hin. Und werde das jetzt auch so einlösen. Und so holen wir das Jumbo Gold Setup. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Machen der SPC. Wenn ihr was gezogen habt. Gerne auch bei Archie Gaming einfach mal ein Foto schicken. Würde uns auf jeden Fall bei Instagram sehr sehr interessieren. Oder halt jetzt wie gesagt in die Kommentare packen. Und dann gehen wir jetzt in den Shop rein. Und holen uns das Setup. Drei seltene sind da drin. Let's go. Komm schon. Yay. Bitte, bitte ein bisschen Packluck. Let's go. Dann machen wir es auf. Und euch auf jeden Fall auch ganz ganz viel Packluck. Und wir bekommen nichts. Wir bekommen einen seltenen. Das skippen wir jetzt einfach mal. Und schauen wir uns mal an was wir jetzt im Pack haben. Vielleicht die eine oder andere Team Fitness Karte. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf Spieler. Gar nicht mal so schlecht. Einige Fitness Karten. Eine Team Fitness Karte. Okay. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Dafür, dass man hier vier, fünf K ausgibt. Für diese SBC. Auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Die beiden packen wir noch auf die Transferliste. Und ja. Das geht in den Verein. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns bei den nächsten SBC wieder. Morgen gibt es Top Partien. Wie gesagt. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns bei der nächsten SBC. Beim nächsten Video. Mal schauen. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein. Und viel Spaß bei der SBC. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017